Musik Ideal als Kükenstörter ist die Brennnessel. Musik Und ein paar Haferflocken. Musik Und dazu noch ein hartgekochtes Ei. Musik Und schon hat man idealen Kükenstörter. An der Konstellation erkennt man gut, die Lampe hängt zu tief, es ist zu heiß, also Lampe höher. Musik Bei der Wasserschale achte ich darauf, dass sie nicht tief ist. Die ist jetzt hier vielleicht einen halben Zentimeter tief, so können die Küken auf jeden Fall nicht ertrinken. Musik 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 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018 Untertitelung. BR 2018